Christian! Hast du einen Knall? Kannst du dich rumschießen am Platz hier am Pausenhof wie bei Frückter? Wie bitte? Ich war es. Du warst es? Na, es war mir leid. Ja, okay. War am Märzschuss, oder? Pass auf, Morgen früh. Hier, Treffpunkt an der Torwand. Heute Nachmittag Hausaufgabe im Freibad. Schießen üben. Schau mir es morgen früh an. Okay? Also, viel Spaß. Danke, ne? Ja. Also, kein Problem. Ich komm hier wieder raus. Ist ne Schule, ist ja klar. Spielt sich wie ein Ehrenhaus. Aber oft sagt er, ich komm hier wieder raus. Ist mein voller Ernst, ey. Das ist voller Ernst, ey. Kannst du dumme Sprüche machen, schrei es raus und lass es krachen. Lass mein voller Ernst, ey. Und wehe eine Nacht. Und wehe eine Nacht. Und wehe eine Nacht. Hi. Hi. Jetzt hast du den Buch gemacht. Ich hab mir den Fuß auch gemacht und jetzt muss ich mit Krücken rund rumlaufen. Oh, das ist schlecht. Und danke nochmal wegen Herrn Meister, ne? Ja, das war kein Problem. Soll ich dir zeigen, wie Fußballspielen geht? Ja, gerne. Okay. Oh, goodness. Ja, gerne. Musik 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 Was soll das denn? Mitten im Unterricht, Claudia. Sehr fürchterlich. Liebe Claudia, es tut mir leid, dass ich mich ohne von dir zu verabschieden zurück nach Kuba bin, weil meine Aufenthaltsgenehmigung ablief und ich musste weg. Einfach nur weg. Danke, Frau Rosbach. Claudia, es geht doch nur um die Aufenthaltsgenehmigung. Das haben sie echt toll gemacht. Es gibt auch noch andere nette Jungs hier von anderen netten Müttern. Einfach mal, Jenny. Sag mal, ein Junge. Sehr nett. Schau mal, wer schreibt schon nur einen Abschiedsbrief zur Verabschiedung? Ich weiß. Wie kann man nur? Ein Brief. Ja. Darin erkennst du, dass er nicht in Ordnung war. Und sowas macht man nämlich nicht. Ich weiß. Pass auf. Ich helfe dir dabei, wenn du willst, ihn zu vergessen und so. Aber wenn die anderen Schüler zu dir was sagen, dann mach dir nichts draus. Die wissen nämlich nicht, wie es dir geht. Und in einem Jahr, dann wirst du es bestimmt vergessen haben. Wenn du meinst. Hoffentlich. Ja, dann bin ich mir sicher. Ja, dann bin ich es ihm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020